Das wird da, ist es wert, es geht wie verrückt, es wird das würdig, weich zwitsernähren. Du hast den ganzen Schwung weg. Ich bin ja schon gut unterwegs in der Vorbereitung, die aus den Weltmeisterschaften war ja auch einer, der bereits im Jahr 2003 bei den Europameisterschaften sich gar ständig durchlebt hat, aber auch ein bisschen des Schweizer Teams. Hülinos jetzt! Hülinos! Hülinos! Ja, und im Bereich der Einspänner, meine Damen und Herren, ist es spannend, denn ein Mannschaftsfahrer nach dem anderen kommt, ein Fahrer nach dem anderen. Jetzt heißt es wieder Daumen drücken für das weltliche Team Sven Kielow, ihr wisst ja, das Nummer 1 ist. Hülinos!